Musik Martin Kube ist heute 94 Jahre alt und lebt mit seiner Frau Marga im Rosenhof in Travemünde bei Lübeck. Mit Beginn der 70er Jahre hat er sich ehrenamtlich mehr als 35 Jahre lang für Ecuador engagiert. Mit Bananenschiffen der Reederei Bruns hat er Werkzeuge, Stickgarn und andere nützliche Dinge in das südamerikanische Land gebracht, dort wo sie gebraucht wurden. Die Werkzeuge und alles andere waren Spenden, die er auf seinen Hunderten von Ecuador-Vorträgen in ganz Deutschland eingesammelt hat. In Quito wird er im April 1992 von Freunden auf Juan Pablo angesprochen. Und hier beginnt unsere Geschichte. Der anderthalbjährige Junge ist eins von mehreren Geschwistern und hat ein verwachsenes Schienenbein. Er wird ohne einen zeitnahen chirurgischen Eingriff in seinem Leben niemals gehen können. Eine Operation in Ecuador ist nicht möglich. Wohl aber in der Uniklinik in Hamburg. Das ergibt eine Anfrage des Kinderarztes in Quito, der Pablo behandelt und früher in Hamburg ausgebildet wurde. Marga und Martin Kube lässt die Situation des kleinen Pablo nicht mehr in Ruhe. Aber wie kann das gehen? Wer trägt die immensen Kosten für Flug, Krankenhaus und Unterkunft in Hamburg? Die erste gute Nachricht kommt von den Damas Alemanas, einer karitativen Vereinigung deutscher Frauen in Quito, die man hier bei einem Empfang in der Botschaft sieht. Natürlich sind sie Martin Kube bekannt und er fragt, ob sie helfen könnten. Die deutschen Damen übernehmen gemeinsam mit der Lufthansa spontan die Kosten des Hin- und Rückfluges für Mutter und Kind. Die nächste gute Nachricht hängt mit dieser Dame zusammen. Ute Böwen ist erfolgreiche Buchautorin und Reiseleiterin für Südamerika. Martin Kube hat sie einmal während eines Aufenthaltes auf den Galapagos-Inseln kennengelernt. Von ihr wird er zufällig gerade zu einer kleinen Tee-Gesellschaft in ihrem Haus in Hamburg-Blankenese eingeladen. Er erzählt von Juan Pablo und hört die Stimme einer jungen Frau. Na dann können Pablo und seine Mutter doch bei mir wohnen. Tatjana Krömer ist mit einem Deutschen verheiratet und wohnt in einer kleinen Wohnung im Hamburger Stadtteil St. Pauli. Sie hat einen Sohn in Pablos Alter und ist sofort bereit zu helfen. Tatjana spricht Deutsch und Spanisch. Das ist einfach großartig und löst gleichzeitig das Problem der sprachlichen Betreuung. Denn Pablos Mutter spricht kein Deutsch, Marga und Martin kein Spanisch. Dr. Heise, Oberarzt in der Chirurgie der Uniklinik, sorgt für die nächste gute Nachricht. Paplos Fall hat es ihm angetan und er sagt zu, die außergewöhnlich seltene und schwierige Operation bei Pablo ohne Honorar durchzuführen. Außerdem könnten auch die Krankenhauskosten im Rahmen eines wissenschaftlichen Programms übernommen werden. Alles läuft also bestens. Doch dann erhalten Marga und Martin eine Nachricht von der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf, dass leider kein wissenschaftliches Bett mehr frei sei. Vorrang hätten jetzt erst einmal die Notfälle, die nach dem Fall der Mauer angelaufen seien. Was tun? Die Krankenhauskosten für eine solch komplexe Operation sind mindestens mit 10.000 D-Mark zu veranschlagen. Martin Kube überlegt nicht lange. Er schreibt einen Brief an 18 Freunde und Bekannte, die ihn und sein langjähriges Engagement gut kennen. Er schildert die Lage und appelliert an sie. Ich bitte daher meine Freunde und Bekannten um einen Vorschlag oder eine Unterstützung in dieser Sache. Bitte rufen Sie mich an oder schreiben Sie mir. Ich nenne Ihnen dann gegebenenfalls eine Kontonummer. Die Operation sollte im August, September erfolgen, da sich das Kind dann in einem für den Eingriff günstigen Alter befindet. Für Interesse und Ihr Verständnis sage ich Ihnen allen meinen Dank. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Martin Kube. Zwei Wochen später waren 10.000 D-Mark bereits auf ein Konto für Pablo überwiesen. Juan Pablo und seine Mutter Rosita treffen Anfang September 1992 in Hamburg ein und Pablo wird am 23.09. operiert. In der Röntgenaufnahme sieht man das neu entstandene, gerade ausgerichtete rechte Schienbein und die künstlichen Verbindungselemente. Die Operation ist erfolgreich gelaufen. Gleich am nächsten Tag schreibt Martin Kube einen Brief an die 18 Spender und bedankt sich bei allen. Sie erhalten auch in der Folgezeit stets Nachrichten und Fotos vom Stand der Dinge. Liebe Freunde und Bekannte, unser kleiner Pablo hat es geschafft. Am Mittwoch, den 23. September, ist er mit Erfolg operiert worden. Die Operation hat etwa vier Stunden gedauert. Er wird nach ungefähr zwei Wochen stationärer Behandlung das Krankenhaus verlassen können, wenn keine Komplikationen auftreten. Insgesamt wird sein Bein sechs Wochen in Gips bleiben, das während dieser Zeit ständig ärztlich beobachtet bzw. weiter behandelt wird. Allen Freunden und Bekannten, die so spontan und großzügig geholfen haben, dass dieses Kind eines Tages seinen Lebensweg unbeeinträchtigt gehen kann, sagen meine Frau und ich auch im Namen der Eltern des Pablo sehr herzlichen Dank und verbleiben mit lieben Grüßen, Ihre Marga und Martin Kube. Pablo und Rosita sind erschöpft, aber glücklich. Jetzt kommt es ganz auf die nächsten Wochen und Monate an. Um die hohen täglichen Krankenhauskosten einzusparen, versprechen die Ärzte Marga, Wenn das Kind seine Ruhe hat, dann werden wir es so schnell wie möglich entlassen. Rosita ist mit Pablo also schon sehr bald in der kleinen Wohnung von Tatjana und ihrer Familie auf St. Pauli. Marga weiß, dass dies eine große Belastung bedeutet. Sie schildert mir und meiner Frau ihre damalige Reaktion. Pass mal auf, das wird so geregelt, alles wird von uns wie in ein Hotel geliefert. Ich habe die Wäsche für die ganze andere Familie, da war ja schließlich auch noch ein Vater, der war Laborant und arbeitete im Tropeninstitut. Und naja, für die ganze Familie habe ich die Wäsche übernommen, habe das Kind alle drei Tage, spätestens alle drei Tage, zuerst zu jedem Tag, nach Eppendorf gebracht. Das wurde ihm immer wieder angesehen und durch den Gips durchfotografiert und was weiß ich, also geröntgt. In den nächsten Wochen geht es gut voran. Der Junge ist quicklebendig. Die Heilung verläuft besser als erwartet und statt sechs Wochen muss er nur den Gips für vier Wochen tragen. Dann erhält er einen orthopädischen Schuh, Kostenpunkt 1600 D-Mark. Damit aber kann er seine ersten Schritte probieren. Noch ist alles ziemlich wackelig und Pablo braucht Unterstützung von zwei Seiten. Aber für ihn und für Martin Kube, der wie Mager ja keine eigenen Kinder hat, ist das gemeinsame Spielen ein großes Vergnügen. Und eines Tages geschieht es. Pablo läuft die ersten Schritte allein und kickt mit dem operierten Bein den kleinen Ball weg. Was Fußball doch so alles bewirken kann. Welch Freude bei den Pflegeeltern. Bei Mager löst das Großmuttergefühl aus. Die Zeit vergeht im Nu und der Rückflug steht unmittelbar bevor. Doch dann erkrankt die Mutter von Pablo. Rosita hat es arg erwischt. Sie muss das Bett hüten. Zehn Tage später ist es dann endlich soweit. Und die beiden fliegen nach zweieinhalb Monaten wieder zurück nach Ecuador. Und dort im Garten macht Pablo dann schon bald mit einem richtigen Ball weiter. Rosita schreibt Martin und Mager einen langen Brief und bedankt sich bei ihnen und bei allen anderen mit großer Herzlichkeit. Jeder Schritt, den Pablo macht, erinnert sie an die unglaublich große Hilfsbereitschaft, die sie erfahren habe. Aber die Sache ist noch nicht ausgestanden. Während das gesunde linke Bein weiter wächst, bleibt das Operierte zurück. Eine Nachuntersuchung in Hamburg ist notwendig. Juan Pablo und seine Mutter Rosita fliegen im Jahr 2000 erneut nach Hamburg. Wieder übernehmen die damals Alemanas die Flugkosten. Auch das Wiedersehen mit Dr. Heise ist sehr herzlich. Er hat den Jungen nie aus den Augen gelassen und all die Jahre Berichte und Röntgenaufnahmen aus Kito erhalten. Eine Nachbehandlung wird sich später wohl nicht vermeiden lassen. Erstmal aber erfreuen sich alle am Wiedersehen, nach so langer Zeit. Pablo schnuppert bei Hagenbeck schon mal an der großen, weiten Welt. 2004 kommt es dann in Hamburg im Jerusalem Krankenhaus zur Nachbehandlung. Das gesunde Bein wird im Wachstum gehemmt. Das Operierte kann aufholen. Heute beträgt die Beinlängendifferenz nur noch zwei Zentimeter, was sich durch Einlagen gut ausgleichen lässt. Und das ist unser Pablo als Erwachsener. Pilot ist er geworden. Und er steht mit beiden Beinen im Leben. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020